Musik Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät Kümmern Sie sich um die Brände Ja, ist ja auch egal Brand durch defektes elektrisches Gerät Gut Und damit Hallihallo, hallo, willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods So, wir wollen die FF rufen Den Fachzug 22 Wir sind zurück in Emergency 4 Äh, diese Folge kommt am Sonntag raus Wahrscheinlich ein bisschen verspätet Ich nehme um 16.34 Uhr auf Um 17.00 Uhr soll sie ja kommen Ich habe so das leichte Befürchtung Dass diese Folge heute nicht mehr kommt Äh, also nicht rechtzeitig kommt So So TSF LF16 TS Driller der 23 Driller der Coop 23 12 wahrscheinlich, oder? Das ist eine größere Lippenlage Ja, eine sehr schnelle Ausrücke Zeit Naja, was soll's So Ich bin ja momentan ein wenig gehypt Toll Ich bin gehypt Ja, warum bin ich gehypt? Ich hab's vergessen So doof kann auch nur ich sein Naja, egal, vielleicht fällt's mir noch wieder ein Das kann doch nicht sein Naja Auf jeden Fall Ähm Ja Gut Ja, das schaff auch bloß ich Das sag ich euch Hehehe Noch da Drehleiter macht hier dicht Absetzen So Schlauch 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 Das ist gar kein TSF Das ist ein TSF Will Geht das nicht? Okay, dann nicht Ähm Ihr zwei Schon mal ran an den Verteiler Ihr Absetzen PA PA Mensch Ihr beide bitte Schlauch Ihr beide geht nach uns Gebäude Zur Menschenrettung Vor Angriff Hupfen Brandbekämpfung Mit Irgendwo Nein, ohne Wo Die Tür ist verschlossen Guck, dann holst du dir einen Schlauch Und du holst dir Äh Die Axt Von der Drehleiter Meine Baby So Du Mach hier So Du setzt den Verteiler Du kuppelst an den Verteiler an Und du auch Und du öffn Ja toll Du wollte gerade rauslaufen Oh Schlauch So Ihr Du PA Bitte Okay Leiterbesatzung Absetzen Ich fand Ich find das ja geil mit dem Blaulicht Den hier an An Wir gehen da ins Gebäude vor Geh auch ins Gebäude vor So Du holst die Menschen hier raus Ja Du holst die Verletzten Aber ich brauche noch ein RTW Fällt mir gerade auf Ha 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 Anton Sehr witzig So RTW Müsste ja direkt vor Ort sein So Du holst die den nächsten raus Du bringst den nach da Absetzen Rädungsrucksack Ach guck mal Feuer ist doch Hier schon mal fast aus So Du gehst mal nach da Und ihr geht mal da ein Stück weg So Du bringst den raus Du legst den ab Auch wenn du den ganz schön komisch getragen hast Oder sie Das kleine Mädel Ihr müsst trotzdem noch raus aus der Bude 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 Weil find ich besser Wer weiß Wer weiß Was dafür Noch giftige Gase Drin sind Und so Ne So Die Drehleiterbesatzung Kann schon mal Aufsitzen Ja Die TSF-Besatzung Kann auch Aufsitzen Wie das Ja du musst Vorher den noch Freilassen Sehr geil So So Nochmal Aufsitzen Und du kannst Status Ähm P Drk Haupt Status 1 So Ach lass ihn doch da drinnen So Du Parken schon mal Du holst du den Stretcher Alle beide holen sich ne Trage Ist doch kein Stretcher Oder Striker Oder wie sie auch Wie auch immer die Trage heißen Ist ja auch egal So Zack Was ist jetzt los Oh Leute Verarschen mich nicht Danke Kreislaufkult klopfen Höre Gut Einmal bitte aufsitzen Ähm Einmal bitte RTW zur Einsatzstelle Dankeschön So dann wollen wir hier nochmal den schonmal wegmachen Äh weg So wir machen den schonmal weg Weg Nein nicht wegmachen Ähm Fahrzeug 18 Höre Kein Haus Und hier auch Parken Gut Ähm Obwohl ne wartet mal Bleibt mal noch mal kurz hier Nicht dass hier Autos fahren und nach einem Stau entsteht Das will ich denn doch nicht Steigt mal Steigt mal aus Können zwei Leute die weg dran haben Transport hörten Weil die stehen dann hier auch der DLRG im Weg Das muss ja nicht unbedingt sein Das Wir wollen das ja Alles hier glatt läuft So jetzt bin ich gespannt Zustand der Person kritisch Notarzt wird benötigt So Zack Ups Aufsitz Der ist aber schnell draußen in der NA Fahrzeug 45 Ach ja man Oh Leute Was kommt denn schon wieder für ein Einsatz Parken Oh ich hasse es Ich mag Polizeieinsätze nicht Ist das schlimm dass man die nicht mag Wird man dafür gleich verurteilt Wird man dafür gleich verurteilt Den Funkstreifenwagen 1 Kaulus 01 Ende Kaulus 01 Wir sind ja auch in Kauls Brüttel Da darf der Kaulus 01 schon mal Ich hab's vergessen Was ich sagen wollte Heute ist nicht mein Tag Heute ist definitiv nicht mein Tag Heute erst um 12 aufgestanden Seitdem nur im Bett rumgegammelt Und YouTube geguckt Irgendwann muss man das ja auch mal machen Man soll sich ja mal Auch was gönnen Und Dann hab ich eben festgestellt Scheiße du hast heute ja keine Folge Was machst du denn jetzt Festnehmen Sehr schön Festnehmen Rufe A's auf RTW Feuern Achso Ich hab gedacht Der schießt Der drückt dann ab Dass man immer wenn man da rauf drückt So Wär auch irgendwie Naja Ist auch egal So Habe ich beide da jetzt drin Oh ja Zum Gefängnis Und ich muss niesen Bis gleich Oh ist das gemein Kennt ihr das Wenn man niesen muss Aber nicht niesen kann Oh ist das gemein Das ist richtig Wieso ist hier so ein Stau Warum Warum Was sind das für Ampelzeiten Ja gut Dabei würde ich auch nicht rüber kommen Schicken wir mal einen Streifenwagen Hier Bombenalarm Ach das war ein Bombenalarm Das sagt mir ja auch keiner Wieso sagt mir das keiner Scheiße FF FF BF Wieso sagt mir das keiner Wieso sagt mir das keiner Ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche nicht die Energie Die Die Äh 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 Brauche ich ein Rettungswagen auf die Falle Rettungswagen 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 Das macht doch keiner ne Du machst da die Straße dicht Du nach hier wegen Brandausbreitung Verhinderung Du nach hier Ne da ist der Eingang Du nach da Absetzen Beide PA-Träger Direkt ins Gebäude vor Drehleiter nach hier Einer und der PA bitte So du jetzt die da raus So absetzen Vier Mann Schlauch So raus mit dir Da ist schon die BF Ankuppeln Du Verteiler legen nach Hier Und ihr Ankuppeln So Du nach da Du jetzt die da weg Der da hinten bringt den zum Rettungswagen Schatz Den ist noch da So Du In den Korb Höre schon unterwegs So Du bringst die auch zum Rettungswagen Absetzen So jetzt ist die Frage Wer ist hier der Notarzt Das ist der Notarzt da Ne Ihr beide Ihr beide Rettungswagen So Ablegen So Ihr drei Schlauch Und du Schlauch Ankuppeln Du Legst den Verteiler Nach hier Ach du gemeine Kacke Ach du gemeine Ach du gemeine Kacke Guck mal haben wir hier nicht auch ein TNF Genau Du kannst mal nach da gehen Und da ein bisschen mitlöschen So Schick Ihr drei Daran Du Die Mein anderer Kumpel Da ist mein anderer Kumpel Du gehst nochmal ins Gebäude vor So Könnt ihr mal aufhören da rein zu laufen Kann ich hier abspielen Halt Ey Der hört nicht auf mich So Ich halte die jetzt auf dem Gebäude TN da Und hier macht mal einer Minus Weil ich will auch mit einem PA-Träger reingehen Äh Habe ich noch einen hier draußen Oder ne Der hat den Und bringt den Ops hin So Rettung So PA Ach da hinten liegt noch einer Okay Da könnt ihr ja mal theoretisch Ganz schnell der NA hinrennen Mitgemacht FH20 Hört Daran Hört Hört FH20 Kalt noch Gehts hinweg jetzt gut Sehr schön Ablegen Und du Nein, nicht am Feuer vorbei, eben warte lieber ein bisschen. So, der PA-Träger. Der ist doch nicht ganz normal. So, eins, zwei, drei, vier und einer ist im Rettungswagen, sehr schön. Achso. Das ist, das ist der Notarzt. Sehr gut. Gut. Ähm, ja. Die BF kann wieder abdrücken. Also, ah, guck mal, da ist noch eine Rettung dran. Sehr schön. Ich brauche euch nicht. Also, danke fürs Kommen, aber ich brauche euch nicht. Ich glaube, das kriegen wir auch so. So, du ins Gebäude vor. Wasser reinpumpen bis zum, geht nicht mehr. So, wo ist denn eigentlich das? Kreislaufkollaps, das ist ja der. Ah, scheiße, ich muss hier oben hin. BF, 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 wo sind sie? Da. Da. So. Ihr drei. Nach hier oben. Zack, zack. Zack, zack. Warte mal, warum ich hier einen Polizisten haben wollte. Ne, der Polizisten steht hier. Ja, gut. Ah, stimmt ja, das war ja das Problem. Ich erinnere mich, das Problem hatten wir ja in der letzten Aufnahme hiervon schon. So, TLF nach hier oben. Zack, zack. Und der RTW, der BF auch. Zack, zack. Wann ist das da noch mehr passiert? Die Bäume fangen hier bestimmt auch gleich an zu brennen. Ihr könnt sonst auch ein bisschen Rabatz machen. Das machen sie nicht nur automatisch, das ist ja auch doof. So, du, KH. Du, äh, aufsitzen. Du, aufsitzen. Du, nach hier oben. Rabatz machen. Du, parken. Du. Auf den Weg. Und ihr hier aufsitzen. So, hier brauche ich noch 1, 2, 3, 4, okay. Parken. Fahrzeug 5. Parken. Gut. Wie sieht es hier oben aus? Brennt das jetzt irgendwann? Fahrzeug 25. Auf den Weg. Was gibt's? Alter, die Frontblitzer. Die blitzen aber ganz schön schnell. So, ich brauche mal ASFs. Wie viele haben wir? Drei, glaube ich, ne? Eins. Zwei. Drei. Ich bin froh, dass sie nicht in diese Richtung stehen. So, ich würde auch sagen, ich leite ab hier schon um. Anstatt ab da. Brauche ich hier aber noch eine zweite Streife hier oben. Ach ja, wie viel... Oh, wir sind schon bei 16 Minuten. Das hört sich gut an. Dann werde ich jetzt, glaube ich, gleich mal die Aufnahme beenden. Because, auch wo ist die Polizei da? Weil, die Folge soll ja heute noch rauskommen, ne? Wir sind jetzt, haben es 16.50 Uhr. Vielleicht schaffe ich es noch. Na gut. Gut, meine lieben Freunde. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüssikowski. Tschüssik Philipp. Tschüssi. Tschüssi.